Unglaublich! Bei der ÖVP wusste man es, dass man ohne Diskurs, ohne Fachkompetenz von anderen Bereichen seiner Linie klar treu bleibt und unverändert den Weg geht, ob gut oder schlecht. Dass jetzt auch noch die Neos umfallen, ist mehr als bedenklich. Die Wohnzimmertests sollen zukünftig nicht mehr kostenlos zur Verfügung gestellt werden. Und wieder der nächste Schritt in der Salami-Taktik einer Bundesregierung, um die Bevölkerung zu schikanieren, um keine Wahlfreiheit zu haben, um nicht die Wahl zu haben, an dem normalen gesellschaftlichen Leben teilzunehmen. Wir von MFG stehen für eine Freiheit, für eine freie Wahl. Wir stehen dafür, dass Menschen frei entscheiden können, was sie mit ihrem eigenen Körper tun und lassen wollen. Wenn du die Nase auch schon satt hast, dass man dir vorschreibt, was du zu tun und zu lassen hast, obwohl es Grundrechte und Freiheitsrechte in Österreich gibt, dann wähl am 26. September MFG.